Was geht, Freunde? Ich bin Loco und heute bin Mimo wieder in... Äh, gar nicht Notruf Hamburg, obwohl wir hier gerade chillen, sondern wir sind in... Heute sind wir in Notruf als Criminalist-Leiber! Yeah! Während wir noch das Spiel switchen, schaut bei mir in die Beschreibung vorbei und abonniert unsere Kanäle, denn wir können richtig coole Backflips! Oh, und natürlich viel Spaß beim Video, Leute! So, Leute, ich hab gesehen, mein Inventar ist so voller geklauter... Oh, äh, ich mein natürlich legal erworbener Uhren, die ich jetzt hier bei meinen Händlern... Äh, wie nehmen wir den? Ach, du heisst ja auch einfach Markus und Markus, hast die Stadt mit mir gewechselt, finde ich lobenswert! Alle verkaufen, Leute! Wie? Hab ich... Wie? Sorry, du besitzt dieses Item nicht, mein Inventar war doch voll! Achso, es gibt goldene... Gibt's noch ne? Ah, und blaue Uhren! Ah, ich verstehe, Leute! Oh, wir haben fett schmutziges Geld und wir können uns gleich auch hier... Kaufen... Sniper G22... Oh, die kostet hier sogar nur 4000, Leute! Das ist echt bezahlbar! Was hat denn denn noch so? Oh, Trigger... Oh, man kann sich hier ne Weste kaufen, Bimo! Klebrige... Die Weste! Ich bin hier voll am rumcruisen, Alter! Ich komme zu dir! Wo bist du? Bist du schon auf dem Weg? Bei diesen Days... D, A, C... Ah, A, D, A, C... Ja, beim A, D, A, C... Alles klar! Ah, okay! Ja, die... Die haben... Die haben nicht die... Also... Notruf Hamburg könnte eigentlich, glaube ich, auch Probleme bekommen! Und wegen auch den ganzen Minecraft-Sounds, die sie benutzen! Die können echt so froh sein, da... Wo kein Kläger, da kein Richter, wirklich! Oh, warum geht denn die Brücke zu? Leute, was passiert denn hier? Äh, ich fahre... Alter, die Brücke geht hoch! Das ist so eine Seebrücke, die geht hoch! Äh, ich bin gerade auf dem Weg zu dir! Warte, 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 warte! Ich hole dich ab! Oh, ich bin auch voll falsch gefahren! Äh, weißt du, wie du die Karte öffnest? Ja, 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 ja! Und dann kannst du ja irgendwo hinklicken! Ich fahre jetzt einfach zum Days, also zum ADAC! Mit meinem schönen Golf 1 hier, Leute! Ich bin hier bei der Bank! Danach können wir die Bank mal ausrauben, als Sniper! Weil ich habe auch gesehen... Aber bleib in der Nähe vom Days, irgendwie! Sonst komme ich ja... Bin ich gleich da, wo du nicht mehr bist! Fahre wir jetzt bei Fire Department! Fire Department? Oh, ich bin auf eine rote Ampel gefahren! Ich habe ein... Fire Department, alles klar! Da fahre ich hin! Bin ich gleich da! Bin schon hochkriminell, Alter! Ich habe nur einen Stern! Ist auch hochkriminell! Und du kannst die Autos klauen, ne? Habe ich gestern auch erst mal gemacht! Wenn die nicht abgeschlossen sind, kannst du ein Auto klauen! Also immer dein Auto abschließen, sonst wird es ja auch geklaut! Oh, Polizia! Ja, guten Tag! Spider-Man, die verhaften Spider-Man! Echt? Ey, da bist du ja! Oh, yeah! Oh, mein Auto ist voll dreckig, die Gegensatz zu Deins! Wie kann man das sauber machen? Weiß nicht! Okay, wo fahren wir hin? Folge mir, wir fahren zur Bank! Wollen wir erst die Polizei... Warte mal kurz! Ich probiere mal was! Oh, nee, doch nicht! Sie kommt zu mir! Gut Tag! Sie haben Spider-Man verhaftet! Oh, warte mal! Zack! Aus dem Inventar! Eh! Nein! Ja! Wo, Alter? Hä? Ich steige dich aus! Ich konnte eben nicht schießen! Wieso konnte ich darauf nicht schießen? Oh, egal! Ich muss voll die Snipen, Junge! Ja, komm, wir holen dir auch eine! Also, du kannst ruhig bei dir mitfahren! Händler B ist sogar in der Nähe! Fahren wir zu Händler B hier! Einmal Turnaround! Drehen sie um! Auch der Crash-Sound ist hier so cool! Guck, ich hab mein Auto auch schon voll fit getuelt! Guck dir meine Felgen an! Ab geht's, Leute! Du kannst hier auch mittlerweile Lampogini und sowas haben! Ja, Mann! Voll cool! Hier rechts, hier rechts, hier rechts, hier rechts! Hier rechts, hier rechts, hier rechts, hier rechts, hier rechts, hier geradeaus! Oh! Ups! Oh, warte, stopp! Wir müssen runter! Oh, ist okay! Wir müssen unter die Brücke! So! So! Juppa, Juppa! Oh, Mann, Leute! Oh, hier lang! Und zack! Oh, Gott! Oh! Oh! Uff! Oh, mein Gott! Oh, Mann! Hier muss irgendwo ein Skatepark sein! Hier kann der, hier muss der Markus sein! Oh, guck mal, die Blitzer sehen genauso aus wie in Utrecht-Hamburg! Ja, hier ist er doch! Hier, hier, hier! Hier! Oh, ich werd jetzt bestimmt geblitzt! Doch, doch, doch! Ja, ich auch! Zack! Und ich mach voll den fetten Stunt! Woo! Oh, Polizei! Ich hab Polizei! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Stimmt! Oh, nein, ich hab nur 90! Ich kann mir gar nichts holen! Du hast kein Geld! Warte! Warte, warte, warte! Bleib da, bleib da, bleib da! Bleib da! Wertragen! Ach, kann man hier auch Geld senden? Ja, ja, genau! Emo, 4000! Was soll ich holen, dann? Ja, die Sniper, die Sniper! Wir sind ja kriminelle Sniper heute! Ich kann aus dem Auto schießen! Polizei kommt! Polizei kommt! Oh, nein! Oh, nein! Oh, nein! Schnell weg hier! Okay! So! Hast du die Sniper? Ja! Ah! Ah! Shit! Schnell! Futter die... Oh, ja, ist... Ey, mein Auto brennt! Ich hab ihn auch! Oh, er ist K.O., er ist K.O. Er ist K.O. Wir klauen sein Auto, komm! Wir klauen sein Auto! Echt, kann man das? Wenn er nicht abgeschlossen hat? Ah, er hat abgeschlossen, okay. Och, Mann, schade. Mann, das wär so cool. Aber dein Auto ist noch heile, ne? Ja, ja. Okay, 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 perfekt. Dann lass uns mal mit deinem Auto weiterfahren. Hi, hi, hi. Ich verteidige uns! Oh, wir müssen... Wir müssen echt ne Bank ausrauben. Wir dürfen auch nicht... Eigentlich muss ich das Geld erst, was ich auf dem Dings habe. Wenn wir beide kein Geld haben, wäre es jetzt eigentlich... Kurzschlauer, wie viel hab ich denn? Crime-App. Ich hab 11.000 Dirty Money. Das dauert halt 10 Minuten, wenn ich die Sniper verkaufe. Ähm, ja, lass die Bank ausrauben. Komm, wir rauben die Bank aus. So, das hätte ich hier gesagt. Wir warten kurz. Äh, warte, vielleicht ziehst du das auch, wenn ich die mache. Okay, sehr gut. Let's go, Leute! Ab zur Bank! Mein armes Auto! Wie es da aussieht, du Crime! Völlig zerstört! Aber ich find's cool. Ich find, das macht so viel mehr Atmosphäre. Macht so viel aus. Und hier ist kein Nebel, Leute. Hier ist kein dauerhafter Nebel drauf. Das stimmt, das stimmt. Das feier ich auch gar nicht irgendwie. Nee, wirklich nicht. Er macht auch kack... Oh, du bist über Stacheldraht, glaube ich, gefahren. Aber hier gibt's Ersatzräder, die man kaufen kann. Okay, nice, das ist gut. Oh, Leute, was ist da denn los? Oh, mein Gott, das Auto brennt. Ist da vielleicht Polizei? Ja, das ist Polizei. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Bam, 60. Oh, oh. Komm, zeig dich mal. Ich seh nicht, ich seh nicht. Er haut ab. Er will abhauen. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, schnell. Hinter uns ist Feuerwehr. Warte, ich muss noch nachladen. Okay. Okay, okay, okay. Oh, mein Gott. Leute, oh, wie krass. Das ist schon witzig mal zur Abwechslung, ey. Das ist schon ganz witzig. Vor allem krimineller Sniper ist ja in jedem Spiel eigentlich gleich. Das wieder Polizei, stopp. Oh, du schießt schon auf uns. Chill, 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 chill. Zack, zwei Headshots, Leute. Und das Ding ist gegessen. Bimo und Loco räumen hier Notruf-M genauso auf. Ey, ist das hier? Du hast 0 XP und 90 Euro halten. Danke. Die Bank ist unsere, heute. Da siehst du schon das fette Zeichen der Bank. Guck mal, man kann von hier außen sogar rein theoretisch die Bank schützen. So weißt du, was ich meine? So einer bricht ein. Ich laufe mal. Ne, ich steig lieber ein, sonst geht Ausdauer weg. Ja, Risiko. 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 Ich meine, wenn jetzt alles schief geht, haben wir nicht mal mehr genug Geld, um uns eine Waffe zu kaufen. Aber Risiko, Leute. Hier ist schon jemand. Guten Tag. Sucht ihr schon den Code? Ich glaube, wir müssen hier so einen Code suchen. Ich habe keine Ahnung, wo der sein könnte. Wo bist du hin? Äh, die Treppen hoch. Ich habe den Code 0766. Ich habe einen Code gefunden. 0766. Okay. Okay, alles klar. Den Code brauchst du. Keine Bombe hier. Ah, der Tresor ist schon offen. Hier sind noch Uhren. Hier. Der wird noch rausgeraubt. Ah, unser Kollege ist hier. Lol. Ja, ich bin auch da. Also, ein Kollege. Ein Kollege, der mit dem Buchs. Alles mit einsammeln. Ich klau dir die Uhren hier. Ich glaube, ich spinne. Okay, okay. Gebt hier nichts mehr. Guck mal, den hat. Guck mal, es gibt einmal. Loco-Fake. Alter. Shit. Oh, Polizei. Die schießen auf irgendwas. Okay, okay. Ja, ich sehe die. Ja, safe, 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 safe. Das macht ihr auch garantiert gerade. Ich habe ihn auch gesehen unten. Da. Okay, man kann nicht durch die Scheiben schießen. Man kann nicht durch die Scheiben schießen. Das geht nicht. Ich habe ihn, ich habe ihn. Sehr gut, sehr gut. Ey, 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 warte auf mich. Let's go, let's go, let's go. Was geht? Ab geht's, ab geht's. Schnell zum Händler. Boah, können wir den? Ja, irgendwer von unseren Jungs hat garantiert einen Hubschrauber. Wer hat den? Wer hat den? Wer hat den? Hat irgendwer von euch den? Sieht nicht so aus. Okay, schade. Ey, wir halten einfach volles Auto, Junge. Was geht, Leute? Wohin jetzt? Händler wieder. Sachen verkaufen. Und dann warten wir einmal 10 Minuten, bevor wir weitermachen, damit wir beide ein bisschen Cash haben. Händler A oder ist egal? Ist egal. Händler A oder B. Ist einfach nur, wer du näher, wo du gerade näher dran bist. So, Leute, wir sehen uns beim Händler. Bis gleich. Ey, der Schild, Polizei, Polizei. Wo? Oh mein Gott, Polizei. Der Polizei schießt auf uns. Vorsichtig. Oh mein Gott, Leute. Voll vom Auto raus, Alter. Hat jedenfalls Drive-Buy gemacht. Er kommt von hier, er kommt von hier. Er kommt von hier. Ich habe ihn einmal in den Kopf getroffen. Oh, nein, nein, nein. Warte, ich schieße, ich schieße, ich schieße. Ich habe ihn eigentlich schon gut gegeben. Ich verkaufe schnell die Sachen. Äh, verkaufen. Äh, du musst rechts auf Verkaufen gehen. Deine drei Artikel suchen, die du hast. Das sind Uhren. Das sind alle drei Uhren. Das ist die blaue, die goldene und die Dingsuhr. Hey, hey, hey. Hey, was ist hier los? Was ist hier los? Lol. War das der hier? Ich glaube schon. Ich konnte nicht auf ihn schießen. Ja, ja, voll okay. Also oben rechts auf Verkaufen, auf alle Uhren, die du hast. Das sind also diese drei Uhren, die sind ein bisschen doof verteilt. Und dann einfach auf alle Verkaufen. Äh, verkaufe die Sniper auch mal. Sale one, sale one, genau. So, und jetzt haben wir schmutziges Geld. Auf der Crime App, 20.000. Und jetzt fahren wir mit dem Auto erstmal irgendwo hin. Und damit wir, äh, gesichert sind. Oh, ich habe dein Auto geklaut. Okay, okay. Alles klar. Okay, fahr, fahr, fahr. Polizei, Polizei. Okay, okay, okay. Steh, steh, quick, 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 quick. Ja, ich wollte gerade sagen, er ist selber schuld. Kein Geld für eine Waffe. Sale, deswegen warten wir. Alles klar, Leute. Dann warten wir. Ja, mega, oder? Mega, wenn du hier rechts fährst, auch ein bisschen mehr sogar. Ähm, fahr mal zum Days. Äh, okay. Hey. Wir müssen jetzt echt bloß aufpassen, dass die Polizei... Eigentlich müssen wir uns irgendwo hinten stellen. Leute, wir sehen uns in 10 Minuten wieder, wenn wir nicht mehr kriminell sind. Leute, den einen, den wir mitgenommen haben, der hat sich hier direkt erstmal eine Reise auf die Blockliste verdient. Der killt uns hier, während wir hier auf K waren. Ja, herzlichen Glückwunsch. Schön auf die Blockliste. Und ich glaube, jetzt ist auch unser Dirty Money weg, wa? Ich hab ihn auch direkt geblockt. Ja, natürlich geblockt. Was ist das? Nee, ist noch da. Ehre. Oh mein Gott, das Geld ist noch da. Prime App. Ah, okay. Ah, ja. Sehr gut. Oh. Das war auch das Einzige, warum er Glück gehabt hat. Aber wir haben jetzt auch full life. Aber jetzt sind wir wieder Risiko. Was können wir hier machen? Wir können Sanitäter werden. Nee, danke. Ach man, jetzt sind wir hier wieder voll Risiko. Aber unser Auto ist wenigstens wieder da. Ja, Spotter ist wieder vorne. Ja, ja. Und also deins musst du auf jeden Fall, willst du bei mir kurz einsteigen? Wegen kaputt und nicht kaputt. Let's go, tucker, 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 Leute. Was, muss ich tanken? Ja, wir tanken. Ich weiß nicht, wie schnell der Tank hier voll leer geht. Wir tanken mal vorsichtshalber. Meinst du, die kann man ausrauben? Ah, nee, wir müssen warten. Wir müssen loko-haltig zurück, kriminell zu sein. Hä? Akran, 25 Liter? Kauf mal. Ah, da. Du hast nur vier Minuten? Glückspitz. Ja. Wie viel Geld hast du noch jetzt also als auf Dings-App? Dirty Money 5500. Ja, easy. Dann kannst du auf jeden Fall schon einen Sniper leisten. Sehr, sehr, sehr gut, was hier passiert. Hallo. Hä? Da läuft auch schon derjenige zum Auto. Hä? So, dann lasst uns doch mal die Stadt hier von oben angucken. Boah, Leute. Durch diese Farbintensität sieht das halt alles auch mal viel geiler aus hier. Oh. Oh. Yo. Oh mein Gott. Wir haben keine Waffen uns zu verteilen. Ey, dieser Johnny. Ich verfluche ihn jetzt schon. Oh, meine Reifen sind kaputt. Oh, pass auf. Oh nein. Oh mein Gott. Krise, 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 Krise. Warte, warte. Lass dir ein Auto vielleicht klauen? Ja, aber nicht das. Das sieht doch Dings aus. Oh, bist du rausgesprungen? Was? Ja, 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 ja. Alter, hier sind überall Nagelbretter. Oh. Die Polizei. Oh, oh. Die Polizei, die Polizei. Lol, die habe ich nicht gesehen, lol. Was? Die verfolgt mich. Hol mich ab, hol mich ab. Hol mich ab. Warte, warte, warte. Ich bin aber nicht im Auto. Oh, ach so, ach so. Ging nicht. Ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich kann vielleicht bei dem einsteigen. Oh, ich bin bei dem eingestiegen. Ah, nein. Pass auf. Nein. Nein. Warte, warte, jetzt redet um. Er bleibt stehen, er bleibt stehen. Er bleibt stehen. Er bleibt stehen. Ah. Oh nein, lol, Alter. Steh mal. Jetzt, jetzt. Fahr, fahr, fahr. Fahr, fahr, fahr. Schnell weg hier. Oh, was hat der denn für einen Wagen? Junge, Alter. Ui, 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 ui. Guck mal unseren Kollegen an, was der da fährt. Jogh, Jaguar. Jaguar sag ich Uranus. Der Uranus von Lamborghini. Was ist denn sein Plan? Fahr. Ei, ei, oh nein. Nein. Oh mein Gott. Aber der fährt weiter, glaube ich. Der fährt euch weiter hinterher. Der lässt mich nicht los. Äh, ich weiß nicht. Kannst du bitte fahren? Dean? Dean? Er hat eine Waffe. Er ist auch kriminell. Oha. Dean, ich hab leider keine. Du bist im Knast? Nein. Krankenhaus? Er ist K.O. Er hat den Polizisten erledigt. Äh. Er hat sich direkt ausgelockt. Oh, kannst du mich abholen? Ich bin beim Dace. Da musst du eh hin. Ja, ja, ja. Dace, 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 Dace. Hier ist jemand mit nem Heli. Unser Kollege ist mit nem Heli. Yo, Leute, wir sind safe. Wir sind... Ja, ja, warte hier. Oh, warte hier, warte hier. Er hat einfach nen Heli, Leute. Er hat einfach nen... Ich hab dir auch noch irgendwie mitgenommen, lol. Alter. Richtig geil. Oha, Leute, wir haben einfach nen Heli. Ey, wir sind viel... Wir haben das Spiel schon vernachlässigt, muss ich sagen. Wenn ich dir unsere Kollegen hier angucke, die scheinen das alle schon zu spielen. Die haben Heli da drin. Wir fliegen grad im Heli, ja. Hier konnte die Polizei gar nix. Crime App. Sieben Minuten noch. Uff. War schon sehr aufregend gerade, Leute. Wir sehen uns... Ich weiß gar nicht, ob das die Folge noch passiert. Aber wir sehen uns jetzt. Später dann. Okay, Leute. Wie ihr seht, mein Kontostand... Äh, wo ist mein Kontostand? Da oben. Ist prall gefüllt. 25.000, Leute. Ich kann mir jetzt also mal ein bisschen mehr als nur nen Sniper kaufen. Die ist hier sogar günstig... Ach, verkaufen. Ich dachte schon. Äh, Leute. Okay, wir nehmen die Sniper. Und die AK-47. Und wir geben Bimo auch noch mal ein bisschen Taschengeld ab. Damit der sich hier auch ein bisschen mehr kaufen kann. Äh, nochmal 4.000. Hat das geklappt? Ne, jetzt aber so. Upsack. Hat das geklappt? Ja, ne? Alter, Loco auf YouTube hat hier 4.000 gespendet. Ja, so. Jetzt hab ich auch 12k, Alter. Ja, ich wollte gerade sagen, Sniper und AK-47 sollte jetzt drinnen sein, Leute. Vergesst auf jeden Fall nicht in unsere Beschreibungen zu schauen. Egal, wo ihr das Video gerade guckt. Da sind so krasse Links drinnen. Die wollt ihr nicht verpassen. Und natürlich, wenn ihr es so nicht getan habt. Was sollen die tun, Leute? Liken und abonnieren. Nicht vergessen. Und dann in die Disco 3 kommen vor allem auch. Oh, ganz wichtig, ganz wichtig, Leute. Es füllt sich, aber es fehlen immer noch so viele. Alles klar, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.